Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Diesmal habe ich eine Stopp-Uni mir. Wir werden diese Folge 15 Minuten laufen lassen. Ich habe eine kleine Änderung zu sagen und zwar wir haben ein neues Texturen-Pack. Das alles nennt sich das Debuter-LP, da werden wir jetzt erstmal daran bleiben. Da ich ja sehr oft diese Texturen-Packs wechsle, aber diesmal bleiben wir mal da. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. So, wir ziehen uns erstmal ein Steak rein, da könnte ich euch mal gleich nebenbei, dass wir ein Steak reinfitzeln hier. Gut, ich nehme jetzt momentan meine Audiotonspur mit dem schönen Programm Audacity. Oder wie heißt das? Ich gucke mal kurz. Audacity, genau. So, Audacity nennt sich das alles und ich finde das eigentlich total cool, die Tonaufnahme da, weil mein Ton ist einfach richtig klar jetzt. Also richtig klar, Leute, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich so weit. Wir haben zwei Leder. Gucken wir doch mal in der Kiste. Da haben wir vier Leder. Was könnten wir denn machen mit vier Ledern? Hm. Mal gucken hier. Ein Leder bräuchte man, glaube ich, da noch. Was haben wir denn alles hier? Eine Lederkappe, Lederstiefel. Und dann kann man hier den da, glaube ich, machen. Das wäre dann eine Hose. Nun ja, dann gehen wir mal kurz auf Kuhschlachtfarm. So, da vorne ist auch schon eine Kuh. Die werden wir doch gleich mal wegkloppen. Oh je, das Wasser sieht aber geil aus. Oh je, die Kuh, die ist ja beieinander. So, Leder mit dir. Muhaha. Lol. So. Na komm. Na komm. So, jetzt. Jut. Und ne schwarze Kuh. Mit einem Hit. Guck. So. Dann laufen wir mal kurz nach Hause. Machen uns eine Rüstung. Und dann gehen wir so weit wieder ab in die Höhle. Denn wir waren ja letztens in der Höhle. Und ich muss sagen, es ist sehr cool in der Höhle. Jo. Dann nehmen wir hier auch schon zwei Minuten auf. Wunderbar. Hier im Ofen sind zwei Glas. Cool. Was können wir mit den zwei Glas machen? Eigentlich gar nicht. Teil zwei. Wir sind eigentlich soweit fertig. Dann. Wollte ich mir eine Lederrüstung kurz machen. Beziehungsweise eine Lederhose. Ja, Lederhosen. So, Lederhosen. Gut. Super. Ja, Jut. Dann. Machen wir jetzt auch noch eine Eisenspitzhacke. Und zwar brauchen wir hier jetzt drei Eisen. Den ganzen Schmarrn, den brauchen wir hier auch gar nicht mitnehmen. Habe ich so langsam das Gefühl. Ja, die Sticks werden dann schon hier dört. So, also brauchen wir gar nicht. Den Rest können wir eigentlich mitnehmen. Also, das ist dann so kein Problem. So, dann machen wir uns doch jetzt mal hier kurz eine Spitzhacke. Wunderbar. Die stellen wir da hin. Schwert haben wir. Jut. Dann werde ich mal, würde ich mal sagen, gehen wir wieder ab in die Höhle, wenn ich sie wieder finde. Weil ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Auf jeden Fall. So. Jawolle. Bei diesem Dexturenpack finde ich, wenn man hier jetzt eins abschlägt, dann wird das automatisch etwas heller. Ich finde das jetzt voll cool bei dem Dexturenpack. Aber erstmal müssen wir mal meine Höhle wiederfinden. Oh je, die war ja ganz so anders. Die war ja Richtung hier. So, und wie ihr merkt, nämlich ein anderes Soundpaket. Das habe ich mir runtergeladen. Das ist Oblivioncraft, nennt sich das. Und da hört sie ja, dass die Sounds etwas anders klingen. Oh je, meine. Oh je, meine. So. So. Jut, dann gehen wir mal da nach oben. Nehmen wir mal den Baum da mal kurz mit. Weil ich habe nur was geguckt, wie diese Baumtextur hier aussieht. Haben wir hier irgendwo eigentlich einen Dschungel in der Nähe? Scheint nicht so. Auf jeden Fall, hier ist unsere nette Höhle. Wo auch schon ein Creeper drin ist. Und ich werde jetzt mal hier die Helligkeit auf 50% stellen. Weil sonst ist es arg zu hell in der Höhle. Und dann haben wir gar keine Spannung mehr. Aua. Nein. What the hell? Das hört sich ja geil an bei diesem Dschungel. Äh, bei dieser Soundmod. So. Hallo Udo. Servus Udo. Ja. Ja. So, und jetzt, weil es so schön ist, werde ich mal etwas Musik anmachen. Dass etwas Spannung hier reinkommt. So. Die... Ah, bisschen leiser. So, hier. Ja, immer noch zu laut, ey. Könnte ich... So. Genau. Uhaha. Oh ja, der hat mich nicht gesehen. Aber wir hatten hier... Eigentlich hatten wir einen Eingang. Wo war denn der? Oder war der Eingang da? Der... Ich hoffe, der war hier. Oh je, wir hatten doch einen Eingang. Einen speziellen Eingang hatten wir. Da unten befindet er sich nicht, oder wie? Ich leide unter Verfolgungswahn. Leute. Oh mein Gott, hier ist nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Was ist denn los hier? So, ich guck mal hier kurz auf die Uhr, weil... Nicht, dass wir hier überziehen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Hier mal kurz das Schwert in die Hand. Aber wo ist verdammt nochmal jetzt mein Eingang? Warum ist jetzt so fröhliche Musik? BAM! So, nieder. Nieder mit ihm. Ganz schön viel Kohle hier. So, hier auch mal gleich niederschlagen. Und hier ist der nächste Pfeili. Oh je. So. Dass wir hier auch mal ein bisschen mehr Pfeile haben. Naja, dann werden wir hier einfach mal ein bisschen erforschen. Das Eisen nehmen wir natürlich mit. Das Eisenpopeisen hier. So, mehr ist hier auch gar nicht. So. So, du alter. Was machst denn du mit mir? Wo war der Creeper? Der war doch... Hä? Ist der da hochgegangen? Da ist er ja. Oh. Und ja, der hat mich nicht erwischt. Also ist noch alles in Ordnung. So, hier mal aus hellen. Hier ist nichts. Nur Lava. Äh, Lava. Was labere ich da jetzt schon? Mister Lava, Lava. Was labere ich da? So, aber da ist Lava. Da werden wir dann auch noch hingehen natürlich. Da wird vielleicht Diamant oder so sein, hoffe ich. Haha. So, hier hat das Eisen. So. Hier geht es dann auch noch weiter. Juts. Ich will jetzt nicht verrecken. Das macht hier die ganze Zeit hier Special Moves. So, voll in den Fuß. Haha. Hey, das ist ja Cäsar. Uah. Ich sag's euch. Ich hab kein gutes Gefühl. Ich glaube, ich verrecke. Ich glaube, ich verrecke. Der Enderman da war hinter uns. Und wir haben kein Schwert mehr. Da sind wir doch super ausgerüstet hier. Was ist da? Da werden wir jetzt auch gleich runtergehen. Erstmal das Eisen hier. So, und dann ganz mal spontan wieder auf die Uhr gucken. Dann nehmen wir aber erst 14 Minuten auf. Äh, 12 Minuten. Gut, da haben wir noch ein paar Mimischen. So, das Eisen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil... Geile Scheiße. Nicht den angucken. Geile Scheiße. Ich glaube, wir werden hier so langsam nach Hause gehen, weil es wird haarig hier. Richtig haarig, wenn ihr wisst, was ich meine hier. Äh, Mama! Hilfe! Gehen wir jetzt raus, ey, Leute. Das wird zu brutal. Wir müssen mehr Schwerter nächstes Mal craften. Weil sonst schaffen wir das nie hier. Ich weiß noch nicht mal, wo ich rausgehen muss. Nur ja, hier. Ich hoffe, wir gehen jetzt... Yeah! Gott sei Dank schon draußen. Ich dachte, ich werde hier erstmal bekloppt und dann komme ich hier raus. Oh, Mama! Äh, ich will... Oh, ah! Nein! Wenigstens keine Lava. Wenigstens keine Lava. Gott sei Dank können wir unsere Sachen nochmal holen. So. Naja, jetzt etwas kräftigere Musik, die wir ein bisschen lauter machen werden. Zelda-Musik. Jawohl, Leute. Da werden wir doch jetzt mal etwas kräftiger hier. Oh, je, meine... Ah! Was ist denn heute los, Mensch? Ich kann ja gar nicht mehr rennen. Wartet, Leute, bis ich meine... Zelda-Waffen habe. Gut. Haha. Haha. So, schneller, schneller. So. Ah! Alles aufheben. Hier, weg. Geh weg, geh weg. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Erstmal haben wir alles. Gut. Hier, Erde. Flupp, 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 flupp. Reicht immer noch nicht. Oh, doch. Reicht. Super. Ah! Leute, schnell nach Hause! So. 14 Minuten. Wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann... Schneller! So. Haha. Hat perfekt gepasst. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Wenn es wieder heißt, killt ein paar Endermänner. Ich gehe jetzt ins Bett. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017